Am Abend des 29. Mai 2010 verbringen acht junge Einwanderer aus Malaysia gemeinsam ihre Freizeit bei Michel Gering im Stadtteil Gelang in Singapur. Während sie sich dort betrinken, sprechen sie sich ab, später gemeinsam einige Leute zu bestehlen. Bitte lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Fast alle der befreundeten Männer stammen aus Sarawak und kommen aus armen Verhältnissen. In Kalang und den umliegenden Vierteln gibt es eine Menge Einwanderer. Einer davon, der 47-jährige Chinese Wang Jusheng, der als Bauarbeiter beschäftigt ist, sitzt am betreffenden Abend an den Bahngleisen in Gelang und telefoniert mit seinem Handy. Dabei wird er von den acht Männern angegriffen. Sie schlagen ihn mit einem Ziegelstein nieder und greifen ihn mit einem Parang an, ein Messer, das oft mit einem Schwert oder einer Machete verwechselt wird. Dabei fügen sie ihm schwere Schnittverletzungen an den Händen zu. Schließlich stehlen sie das Handy des Mannes. Weitere Wertgegenstände hat er nicht dabei, ebenso wenig wie Geld, auf das die Täter gehofft hatten. Nach dem Überfall trennt sich die Gruppe. Die vier verbleibenden Männer, der 22-jährige Michelle Gering, der 31-jährige Toni Anak Imba sowie die beiden 19-jährigen Hayri Landak und Donny Meluda halten Ausschau nach weiteren Opfern. Mittlerweile sind sie im benachbarten Viertel Kalang unterwegs. Dort sehen sie den 24-jährigen Inder Sandeep Singh, der ebenfalls telefoniert und dabei auf einem Schaukelpferd auf einem Spielplatz sitzt. Toni Anak Imba schlägt Singh von hinten einen Ziegelstein auf den Kopf, während Gering ihn mit dem Parang an Kopf, Arm und Rücken verletzt. Sie stehlen das Handy und die Geldbörse des Mannes. Singhs Verletzung durch den Ziegelstein ist so schwer, dass man sein Gehirn durch die Schädeldecke sehen kann. Da er aber nach dem Vorfall schnell gefunden wird, überlebt er den Angriff, der hauptsächlich von Imba und Gering ohne besondere Beteiligung von Landak und Meluda durchgeführt worden ist. Sie beteiligen sich dafür an der nächsten Attacke, auf den 19-jährigen Ang Yunheng aus Singapur, der alleine auf einem Fußweg in der Nähe des Bahnhofs unterwegs ist. Zunächst treten und verprügeln sie ihn. Dann kommt auch hier das Parang zum Einsatz. Dabei wird Angs linke Handfläche fast komplett durchtrennt. Außerdem hat er eine Stichverletzung im Halsbereich, die bis fast zur Wirbelsäule geht. Erst neun Stunden nach der Tat wird er von einem Fußgänger gefunden. Aber er überlebt. Allerdings verliert er vier Finger durch seine schwere Handverletzung. Drei der Männer attackieren danach, ohne die Beteiligung von Hayre, den 43-jährigen Inder Egan Karupaya, der schwere Stichverletzungen an den Armen davonträgt und ebenfalls, wie das Opfer zuvor, vier Finger von seiner Hand abgetrennt bekommt. Auch ihm stehlen die Täter die Geldbörse und sein Handy. Im Gegensatz zu Ang Yunheng können Karupayas Finger wieder angenäht werden. Das letzte Opfer, der 41-jährige Inder Shanmuknatan, ist in der Nacht auf seinem Fahrrad unterwegs, als er zunächst von Toni angegriffen wird. Während er ihn festhält, verletzt Gering den Mann mit dem Parang. Auch die anderen beiden Täter beteiligen sich an dem Angriff. Shanmuknatan trägt eine Schädelfraktur davon. Außerdem wird seine Halsschlagader durchtrennt. Er hat keine Chance, den Vorfall zu überleben. Von seinen über 20 Verletzungen seien vier alleine tödlich gewesen. Seine Leiche wird am nächsten Morgen gefunden. Aufgrund der Berichte der überlebenden Opfer können sieben der acht Täter in den nächsten Tagen verhaftet werden. Nur der 19-jährige Donny Meluda, der bei allen fünf Taten anwesend war und sich an dreien davon beteiligt hat, ist bereits wenige Stunden nach den Taten in seine Heimat Malaysia geflohen und dort untergetaucht. Ihm droht bei seiner Festnahme die Todesstrafe, die auch Gering, Imba und Landak, die bereits in Haft sind, erwartet. Die Bevölkerung Singapurs zeigt sich schockiert von den brutalen Überfällen und viele Gruppen sammeln Geld für die überlebenden Opfer, sowie die Hinterbliebenen von Shanmuknatan. Die vier Männer, die nur bei der ersten Tat dabei waren, bekommen Haftstrafen zwischen zwei und sechs Jahren und zwischen jeweils sechs und zwölf Schlägen mit dem Rohrstock. Einer von ihnen, Peter Musa, beharrt vor Gericht zunächst auf seiner Unschuld und behauptet, seine Aussage nach der Festnahme nicht freiwillig gemacht zu haben. Schließlich gesteht er aber auch vor Gericht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Ob dies letztendlich der Wahrheit entspricht oder auf weitere Drohungen der Ermittler zurückzuführen ist, ist schwer zu beurteilen. Die Verhandlung gegen die weiteren drei Festgenommenen zieht sich weiterhin, während die Polizei immer noch nach dem flüchtigen Meluda fahndet. Landak, der angibt, während den Angriffen selbst nicht bewaffnet gewesen zu sein und eigentlich nur zugeschaut zu haben, wird letztendlich wegen bewaffnetem Raubüberfalls verurteilt, nicht aber für den Tod von Shanmuknatan. Obwohl das Gericht feststellt, dass er nicht am Tod des Mannes beteiligt war, bekommt er eine Gefängnisstrafe von 33 Jahren sowie 24 Schläge mit dem Rohrstock. Gering und Imwa werden vor Gericht als die Haupttäter dargestellt, die ursächlich für den Tod des letzten Opfers verantwortlich sein sollen und auch ansonsten die Gruppe angeführt haben sollen. Drei der überlebenden vier Opfer sagen vor Gericht gegen die beiden aus. Der leitende Ermittler des Falles, der 34-jährige Ischkander bin Ramat, kann allerdings keine Aussage vor Gericht machen. Gegen ihn selbst wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er drei Monate zuvor einen Doppelmord begangen hat. Er hat einen 67-jährigen Mann in seinem Haus überfallen, um sein Geld zu stehlen. Nachdem er auf ihn eingestochen hat, wird er vom 42-jährigen Sohn des Mannes überrascht, der zu Besuch kommt. Er attackiert ihn ebenfalls mit dem Messer. Dann flieht er aus dem Haus und möchte in seinem Auto wegfahren. Die Nachbarin hat die folgende Szene beobachtet. Als Ramat sein Auto startet, kommt der Sohn stark verletzt aus dem Haus und läuft auf die Straße. Ramat überfährt ihn und schleift seinen Körper danach über einen Kilometer weit unter seinem Auto mit. Mehrere entsetzte Zeugen melden sich bei der Polizei. Anhand der Blutspur, die bei der Fahrt zurückgelassen wird, finden die Ermittler den Tatort und das andere Opfer. Später sagt Ben Ramat aus, er wäre in einer finanziellen Notlage gewesen und hätte keinen anderen Ausweg als Diebstahl gesehen. Die beiden Opfer habe er umgebracht, damit sie ihn nicht identifizieren können. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Fall. Vor Gericht beschuldigen Imba und Gering sich gegenseitig und machen widersprüchliche Aussagen. Gering, der das Parang an dem Abend bei sich hatte, behauptet, er hätte es nur zur Drohung benutzt. Während Imba nach dem Diebstahl der Geldbörse nochmal zum Opfer zurückgekehrt sei und ihm mit dem Parang die schweren Verletzungen zugefügt habe. Imba bestreitet dies und sagt aus, Gering wäre während allen Taten der Einzige gewesen, der das Parang benutzt habe. Diese Aussage wird von Hayre bestätigt. Er behauptet, während Imba Shanmuknatan festgehalten habe, hätte Gering ihm mit dem Messer die Verletzungen zugefügt. Gering's Anwalt weist allerdings darauf hin, dass Hayre nicht glaubwürdig sei, da er bereits bei seinen Vernehmungen widersprüchliche Aussagen gemacht habe und sich an einzelne Abschnitte der Tatnacht angeblich nicht erinnern kann. Imba behauptet, während der Taten habe er gar nicht bemerkt, wie schwer Gering die Opfer verletzt habe. Im März 2015 wird das Urteil verkündet. Gering bekommt die Todesstrafe durch den Strang. Imba muss lebenslänglich ins Gefängnis. Der Richter sagt abschließend, Imbas Aussage, er habe die Schwere der Verletzungen der Opfer nicht erkannt, sei nicht glaubwürdig. Er hätte sich an allen Taten aktiv beteiligt, die Opfer festgehalten und genau beobachten können, wie Gering die Männer mit dem Messer verletzt hat. Gering bekommt die schwerere Strafe, da er das Parang mit sich geführt und benutzt hat und außerdem angenommen wird, dass er die treibende Kraft war, die alle der anderen zu den Überfällen angestiftet hat. Beide der Verurteilten gehen in Berufung. Während des Prozesses wird vor allem diskutiert, ob es überhaupt möglich gewesen sein kann, dass Imba die Opfer festgehalten hat, während Gering sie mit dem Parang attackiert hat. Imbas Anwälte sind der Auffassung, dass ihr Mandant in dem Fall selbst Verletzungen hätte davontragen müssen. Außerdem sollte Blut der Opfer an seiner Kleidung sein. Beides ist aber nicht der Fall. Die Frage kann nicht abschließend geklärt werden. Schließlich werden die ursprünglichen Strafen für beide Männer bestätigt. Am 14. Januar 2017, während gerade der Berufungsprozess der beiden Männer läuft, wird der mittlerweile seit sieben Jahren Flüchtige Donny Meluda am Flughafen Sibu festgenommen. Der mittlerweile 26-Jährige ist während seiner Flucht in Malaysia zum Islam konvertiert und arbeitet als Gärtner und Prediger. Da er sein Leben völlig umgekrempelt hat, bittet er um ein mildes Urteil. Vor Gericht werden seine veränderten Lebensumstände jedoch nicht anerkannt. Er hätte sieben Jahre lang die Polizei hintergangen und einen Abschluss des Falles damit unmöglich gemacht, was auch die Angehörigen der Opfer sehr belastet habe. Er bekommt genau wie Heire eine Gefängnisstrafe von 33 Jahren und 24 Schlägen mit dem Rohrstock. Gäring sitzt zwei Jahre lang in der Todeszelle, bevor sein Urteil vollstreckt wird. Während dieser Zeit konvertierte er ebenfalls zum Islam. Am 14. März 2018 erhalten Gärings Angehörige die Mitteilung, dass acht Tage später seine Hinrichtung stattfinden wird. Neben Gärings Eltern, die in Briefen um Gnade für ihren Sohn bitten, kritisiert der Menschenrechtsaktivist Zurendran aus Malaysia die kurzfristige Ankündigung scharf und bittet den Präsidenten um Gnade für Gäring. Singapur solle darauf hinarbeiten, die Todesstrafe abzuschaffen. Selbst die Mutter eines der Opfer, dem zur Tatzeit 19-jährigen Ang Yunheng, der seinen Traum, Pilot zu werden, aufgeben musste, weil er vier Finger verloren hat, spricht sich gegen das Todesurteil für Gäring aus. Der malaysische Minister Liew Yukong schreibt einen Protestbrief. Auch Amnesty International ist auf den Fall aufmerksam geworden und fordert Singapur auf, die geplante Hinrichtung nicht durchzuführen. Drei Tage vor dem geplanten Termin versammelt der malaysische Premierminister Reporter zu einer Protestaktion. Schließlich schalten sich noch die EU sowie die Schweiz ein, um um Gnade für den Mann zu bitten. Allen Protesten zum Trotz wird Gärings Hinrichtung, wie geplant, am 22. März 2019 durchgeführt. Das Ministerium sagt dazu, dass die Todesstrafe zum Rechtssystem in Singapur dazugehöre und für alle gleich angewendet wird. Egal ob Ausländer oder nicht. Imba wird aufgrund seiner lebenslänglichen Haftstrafe vermutlich nie mehr aus dem Gefängnis kommen. Sowohl Meluda als auch Hayre haben bei guter Führung die Möglichkeit, nach zwei Dritteln der Strafe, also in ihrem Fall nach 22 Jahren, entlassen zu werden. Auch Ischkander Binramet, der Ermittler des Falles, der selbst wegen Mord angeklagt worden ist, erhält für seine Tat die Todesstrafe. Sie wurde noch nicht vollstreckt. Was ist eure Meinung zu dem Fall? Sind die Strafen gerecht? Lasst gerne einen Kommentar unten und vergesst nicht, ein Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Danke fürs Anschauen und bis gleich! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020